Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards für den PC. Im letzten Part haben wir die Höhlen von Mokpantohal betreten und können nicht mehr zurück. Deswegen, Paul Johannes, ich habe mir diesmal deinen Namen gemerkt bzw. gerade nochmal nachgeschaut. Danke für den Hinweis mit dem Gürtel und der Rüstung. Wurde jetzt leider nichts, weil ich schon zu weit aufgenommen hatte, sodass ich das nicht mehr umsetzen konnte. Naja, wir werden jetzt hier auf jeden Fall in der Höhle noch ein bisschen voranschreiten und dann mal schauen, was wir hier so finden. Spinnen zum Beispiel, wo ich spinne. Aber... Äh... Gidi geht... Gidi geht ein Spinnennetz? Pfiui. Ist ja eklig. Wahrscheinlich wird hier genauso insgesponnen, sobald ich mich da hinbegiebe. Ja. War zu erwarten. Tatsächlich. Ich habe es trotzdem einfach mal versucht. Einfach mal geschaut. Hätte ja auch anders sein können. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. So, dann... Möchte ich gerade mal hier eine Heilung... Äh... Warum sind die Wunden nicht geheilt? Hatte ich... Ich glaube, ich habe gerade eben nicht Takata erwischt. Oder so. Jedenfalls sind aus irgendwelchen Gründen die Wunden nicht weg. Das ist blöd. Das gefällt mir nicht. Aber na gut. Mh... Ja... Komm. Du nimmst dir mal... Deinen Bogen in die Hand. So... Und dann... Schießt du mal bitte... Auf diese... Spinnweben hier. Hm. Ich bin vergiftet. Okay. Da erscheine ich mit Pfeilen nicht viel machen zu können. Wie es aussieht. Na gut. Nun gut. Mh... Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich würde knack depths und glückes hin. Mal aus. Nicht wahr? Hier auf jeden Fall auch mal ein Balsam salabunde Stufe 3 drauf, um die Wunden einfach zu heilen. Damit wir die los sind... so noch mehr spinn ehrlich jetzt hab zwar nicht wirklich arachnophobie aber spinnen sind jetzt nicht sind jetzt trotzdem nicht unbedingt meine lieblings tiere muss man so auszudrücken ja ehrlich jetzt bist ausgewichen misst wie ich hab dir und so lange wieder festhängen können sie halt auch tatsächlich nichts zu machen na gut so dann versuchen wir mal das ding runter zu brennen so funktioniert es auf jeden fall gut runter brennen ist eine möglichkeit ja ich habe es so langsam verstanden dass ihr vergiftet seid und das läuft jetzt gerade ein bisschen so optimal muss ich sagen das läuft jetzt gerade echt suboptimal also nutze den scheiße tja ob ich keine pfeile mehr oder was super ich bin top vorbereitet wie es aussieht in diesem kampf gegangen ich glaube das machen wir doch mal ganz ganz ehrlich das nie das ist ja peinlich das ist ja gerade richtig peinlich so moment war vier pfeile dass die nicht lang reichen das hätte ich von vornherein sagen können das wusste ich von anfang an das wusste ich von anfang an wo sind meine ganzen pfeile hin sag mal ein bisschen blöd dass ich so wenig pfeile nur noch hab hier kommen einmal voll machen dann packen wir hier schon mal brandpfeile mit hin so okay dann mal bei den anderen noch nachschauen ob noch irgendwas gemacht werden muss du gehst mal direkt auf den sperr und das wäre es dann auch gut neuer versuch versuch nummero dos ne so dann gehen wir mal hier hin und warten um gleiches machst du nur rin ist ja vergiftet ist in ordnung damit komme ich klar damit kann ich umgehen so hier gezielter schuss ausgewiesen ehrlich jetzt die weichen einem scheiß aus es ist doch zum mäuse melken hier ich wollte gerade noch was anderes sagen aber ich habe es dann lieber gelassen so elf schaden hätte mehr sein können hätte aber weniger sein können von daher ist das mal okay akzeptieren wir jetzt einfach mal so wie es ist okay dann würde ich sagen geht da erst mal eine heilung hin damit da die wunden verschwinden karte mein bester als das nur zum todesstoß gegen das gefällt dir finde ich schön und hier so ein schöner hammerschlag nicht ganz schade naja war aber auch irgendwo zu erwarten dass das nicht treffen würde ich habe es trotzdem versucht denn versuch macht klug so erstes spinnchen schon mal tot sehr schön sind relativ unempfindlich gegen mein hammer was ich nicht ganz so toll finde aber dann gut so hier sagt na bitte rechts in schaden das ist schön so lobe ich mir das so finde ich das gut so vergiftet ja da ja da bla 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 dann einmal hier bitteschön wunden heilen eine instant wund heilung bitte so und du kümmerst dich jetzt mal hier um deine eigenen wunden dass sie auch mal weg sind dann weiter mit dem todesstoß auf die blöden spinnen drauf und hier weiter mit dem bogen auf die blöden spinnen drauf wenn ich denn ein blickfeld krieg da krieg ein blickfeld hin das ist schön du darfst auch gerne treffen weißt du habe ich jetzt wenig probleme mit das ist ein bisschen schaden zu machen schaden ist eine gute sache stufe 4 einmal das gift von allen bitte entfernen dankeschön und noch mehr spinnen hat das sind gar kein endy gerade wenn es zuhause sind man so okay das wäre die dann kommt hier mein dreifach schuss rauf einfach in der hoffnung dass das reicht natürlich ist nicht warum auch ich habe hier keine magietränke mehr was ein bisschen blöd ist es gefällt mir jetzt eher weniger das ist suboptimal ja kommen haut alle auf zu baren natürlich richtig natürlich haut ihr zu baren jetzt und dann haben wir hier jetzt erst mal auf das viech sehr schön ich riskiere jetzt weil das zu baren getroffen wird aber natürlich wurde zu baren getroffen für acht schaden aber die anderen spinnen auch alle von daher ist das okay so ein bisschen vielleicht so jeden fall lassen wir mal wieder aufstehen er wird zwar wahrscheinlich gleich wieder umfallen aber er steht erst mal wieder so dass die drei runden ab jetzt erzählen glaube ich oder so ach keine ahnung egal egal genau rum hier schön eingekreist alter vater alter vater alter vater hier noch mal einen ordentlichen pfeil drauf sagt ach man warum reicht das nicht du hast auf die hier sagt sehr schön das hat schon mal gereicht aber darum wird jetzt wahrscheinlich umfallen noch nicht okay das heißt ich kann hier tatsächlich noch mal eine heilung draufsetzen wobei ich setze die heilung auf zur baren in der hoffnung dass die spinnen dann eher angreifen als neu das ist doch blöd das ist doch gerade richtig blöd okay das ist doch blöd das ist doch gerade richtig blöd so hast du noch einen heiltrank hast du das heißt du könntest hier rüber um ihm einen heiltrank zu geben das machen wir dann auch mal so steh mal wieder auf naurem ich brauche dich im kampf so hier haben wir einen dreifach schuss drauf zack und haben die erledigt gut dann gehst du mal zu der hier und erledigst die ich bin vergiftet ich hasse gift du ich müsste endlich mal daran denken meine items ordentlich aufzufüllen ich habe mal schauen hat irgendwer noch heiltränke drin ja schön ich habe noch einen heiltrank dabei perfekt damit kann ich arbeiten damit kann ich arbeiten ich bin vergiftet so dann aurelia du gehst mal hier ganz weit weg und natürlich renne ich mitten in die spinnenleben rein das war ganz toll das war richtig intelligent von mir ich hoffe ich komme an naurem noch ran natürlich nicht warum auch blöd 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 ja gut dann heilst du dich erstmal selber einfach damit du hier nicht gleich nächste runde wieder umfällst so so ok ok takate äh du schnappst du erstmal das fisch hier würde ich sagen 55 prozent ne da hatte ich nicht aufgepasst aber es reicht noch ok ok alles gut bislang alles gut so der hat 30 das spinnenviech hier hat 30 das spinnenviech hier hat 30 und wahrscheinlich ist es hier auch ein spinnennetz wenn ich durchgehe das heißt das möchte ich vermeiden ja gut dann kann ich nur hier hin dreifach schuss kampf ok das war ein schöner crit nice das war ein crit wie ich ihn sehen will ok und dann hier einmal bitte den guten nauerem wieder aufstehen lassen dankeschön dann hier nochmal mit dem todesstoß drauf das funktioniert aber auch echt verdammt gut dafür dass ich nur 60 prozent treffer chance habe ich bin sehr erstaunt aber ich beschwere mich nicht um gottes willen ich bin ja froh darüber ja ok ich habe es verstanden ich habe es verstanden ich werde es hier jetzt mal ein stück zurückgehen und mich selber mit einem balsam salabunde 3 heilen um die wunden zu schließen so damit ich da die negative effekte nicht mehr habe so das spinnchen weg dann schießen wir auf das spinnchen wieder rauf und schlagen nochmal drauf und erledigt ok geht doch geht doch würde ich sagen ne kann man so machen so zwei rationen proviant ist ein bisschen mager verdammt hm irgendwie bin ich schlecht vorbereitet habe ich das gefühl ich weiß nicht wie ich drauf komme aber ich habe das gefühl ich bin schlecht vorbereitet naja so die letzten pfeile noch mit rein und dann wollen wir hier doch tatsächlich mal noch ein paar punkte ein paar ap auf die lebenspunkte setzen um die noch zu erhöhen so 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 dann dann kriegt man lieber noch ein paar lieber noch ein astral punkt mit dazu wobei komm hier so es geht noch in die lebenspunkte der karte du kriegst noch mehr lebenspunkte so aurelia kriegt noch astral punkte das ist das was am meisten braucht und lebenspunkte ok in sich nehmen wir noch ein bisschen mit resistenz mit dazu aber den wo es noch passt hier was soll es ich habe die ap gerade ich habe die ap und kann sie gerade eh nicht anders sinnvoll verwenden von daher da man war das noch so ok na bitte na bitte so das wird jetzt eine etwas kürzere folge tatsächlich aber ich will nicht noch einen neuen kampf anfangen deswegen danke ich fürs zusehen ich hoffe ihr hattet Spaß ich würde mich sehr über feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ciao